Ja, und jetzt erzähle ich darüber, wie man andere Sachen in Ableton alle anschließen kann und andere externe Geräte benutzen kann. Also ich habe hier heute vier Sachen auf dem Tisch aus dem Laptop. Das ist eine analoge Drum-Maschine, ein Tempest von Dave Smith, eine VST-Controller-Maschine, der eigentlich auch Drum-Maschinen in Ableton kontrollieren kann und auch ein Controller für Ableton, speziell AKI-APC40, zum Zusammenspiel in Ableton mehrere Spuren, mehrere Effekte gleichzeitig bedienen. Auch da ist die Soundkarte, die ist im Bild leider nicht da, von Native Instruments Complete Audio 6. Damit will ich auch zeigen, wie man da zum Beispiel in die Audiokarte aufnehmen kann. Womit soll ich anfangen? Vielleicht ganz blöd mit dem Gerät. Da, mit Tempest und allgemein damit, wie man MIDI-Geräte auch mit Ableton zynkt. Das ist, denke ich, eine der interessanten Sachen und nicht alle wissen, wie es genau geht. Also ich will, dass mein analoges Gerät, in dem Fall die Drum-Maschine, oder ganz, es gibt ganz viele ja, die gar nicht mit der Arbeit mit dem Computer zusammen unbedingt gemacht sind. Die sind keine Geräte, die Computer kontrollieren. Sie sind eigentlich eigenständige Geräte, die eigenen Sound rausgeben, eigenes Tempo haben. Wir wollen aber natürlich Tempo von dem Gerät mit dem Tempo von Ableton synchronisieren. Und das geht ungefähr so. Ich muss auf der Soundkarte unbedingt einen MIDI-Ausgang haben. Wobei das auch per USB mit dem Gerät möglich ist. Mit vielen älteren Geräten geht es nur per MIDI. Ich muss einen MIDI-Ausgang haben an der Soundkarte und einen MIDI-Input an dem Gerät. Hier drin gibt es die Einstellungen, die sind auch sehr wichtig in Ableton. Da sind wir noch selten da reingekommen, sind so allgemeine Einstellungen des Programms. Auch Audio, hier kann man die Soundkarte auswählen. Funktioniert bei mir hier zum Beispiel über ASIO-System. Aus ASIO ist so ein allgemeines Interface, das die Soundkarten auf einem PC managt. Also ich arbeite auch mit ASIO und in diesem ASIO-System ist dann meine Soundkarte ausgewählt oder eure Soundkarte. Hier sind alle Soundkarten, die man irgendwann an diesen PC angeschlossen hat. Das ist jetzt in dem Fall Complete Audio 6. Da gibt es auch die Einstellungen dieser Soundkarte, welche Eingänge sie hier aufnimmt oder ausgibt. hat insgesamt sechs Inputs und sechs Outputs. Und da kann man auch noch genauere Einstellungen verwalten, zum Beispiel die Latenz-Prozess-Buffer. Öfters lässt sich, also bei schwächeren PCs vor allem, gibt es dieses typische Verzerren. Schon bei 3-4 Synthesatoren oder VSTs funktioniert das nicht mehr so und verzerrt immer wieder. Und der Sound klingt nicht mehr so. Und dann kann man hier diese Puffergröße einstellen. Je größer die Puffergröße ist, desto mehr Zeit hat praktisch, eure Sounds zu verarbeiten. Es wird für ihn leichter, aber damit ist er auch verbunden, dass ihr nicht sofort hört, was ihr hier verändert. Dieser Puffer ist sozusagen die Verzögerung, die er sich nimmt, die Zeit, die der Computer sich nimmt, um Sounds noch verarbeiten zu können. Wenn die Größe ist, funktioniert das einwandfrei, aber wird im Bezug auf eure Handlungen an Kontrollern oder so verzögert. Oder auch wenn wir Bassgitarre spielen, wird die Aufnahme ein bisschen später. In dem Fall sind es 512 Samples entsprechend 17 Millisekunden Verzögerung. Das ist einerseits nicht viel, andererseits, wenn man vor allem die elektronische Musik macht, wo alles Beat tight sein soll, kann es auch problematisch werden. Deswegen lieber einen guten PC, einen schnellen PC und eine Soundkarte, die auch öfters innere Prozessoren haben, die diese Arbeit nochmal erleichtern. Okay, das waren aber die Audio-Augenschaften, ich wollte aber MIDI auch erzählen. Hier ist so ein ganz großes Menü, ein MIDI-Sync-Menü und da sind eigentlich alle MIDI-Geräte drin, mit denen man überhaupt hier arbeitet. Da ist zum Beispiel mein Controller AKR-PC drin. Jetzt irgendwie nicht, hat er jetzt nicht erkannt, weil wir hier abgeschlossen haben. Na super. Zeige ich ja später. Aber die Soundkarte ist hier auch als ein MIDI-Gerät drin. Es geht jetzt nicht um Audio, was Soundkarte aufnimmt oder ausgezahlt und um das MIDI-Signal. MIDI-Signal, was ist MIDI-Signal allgemein? Das ist so eine Art ältere Übertragung für Musik. Da wurden nicht die Sounds übertragen, sondern praktisch nur die Noten per MIDI, Noten in einer bestimmten Geschwindigkeit. Also eine MIDI-Spur ist einfach sozusagen alle Noten, die ihr gespielt habt. Dabei ist Bassdrum auch eine Note und Clapp ist auch eine Note. Wie lang die Noten sind, wo die stehen, wird alles per MIDI übertragen und auch das Tempo unter dem Raster, in dem diese Noten gespielt werden. Deswegen wollen wir ja von der Soundkarte dieses Signal, vor allem die Schnelligkeit vom Computer, das Tempo von zum Beispiel 126 BPM auf mein analoges Gerät zu übertragen. Versuchen wir das? Also es muss der Output der Soundkarte an sein. Also wir wählen die Soundkarte hier und machen da den Sync-Output. Also es gibt sogar... Und wir versuchen jetzt zu hören, was auf dem AU... Ja, wir hören jetzt nichts, weil ich das noch anschließen muss. Also es gibt sogar... … ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier auf Rekord drücken. Und wenn ihr hier rechts IO, Input Output, druckt, dann schaut ihr von welcher Quelle der Audio Input und der Audio Output. Also es ist möglich, das ganz anders zu managen, dass da zum Beispiel Input von einem anderen Synthesizer ist. Ihr könnt also auf eine Audiospur andere Spuren wieder aufnehmen oder die Live-Veränderungen, die ihr live macht, könnt ihr alles in Ebenseon wieder intern aufnehmen. Das finde ich ganz toll. Hier will ich aber jetzt eine externe Quelle aufnehmen. Externe Input 1 und 2 sind ja die Eingänge, die ich hier benutzt habe. Damit ihr das auch wirklich hört, was da in den Kanal reinkommt, müsste ich hier auch das Monitoring einschalten. Also hier wird auch ausgewählt, ihr seht jetzt Signal kommt da unten, aber wird nicht zu hören sein, wenn ich Monitoring auf In oder Auto, Auto heisst, der schaltet Monitoring automatisch an, wenn da ein Sound ist. Dann schalte ich mal auf Auto. Das sind alles Beats von meiner Soundkarte. Ja, sorry, von meiner Drammaschine. Also was jetzt da gerade passiert, erkläre ich jetzt nicht genau, aber ich kann da unterschiedliche Beats tauschen. Sorry. Ich kann unterschiedliche Beats da austauschen. Ihr stört ein bisschen. Das ist leider bei mir nicht so reibungslos wie bei Gleb alles. Ja, was genau da passiert, zeige ich jetzt nicht. Ich zeige nur, wie ich hier von hier meine Drammaschine steuern kann, dass sie auch mitmacht. Ihr seht jetzt, ich habe durch dieses Playdrücken meine Drammaschine angemacht. Die Drammaschine habe ich gar nichts gedrückt, weil die nämlich jetzt per MIDI verbunden sind und jedes Signal von hier da übertragen wird und auch die Geschwindigkeit von hier vom PC. So klingt ein bisschen Ravy. Dann nehmen wir das nochmal auf. Wenn ich hier dann Rekord drücke. Dann wird mein Loop aufgenommen von dem, was jetzt von der Maschine gespielt wird. Okay, das war's. Da ist die Aufnahme. Ich will nur den Ausschnitt, wo es wirklich mehr interessanter, ja, der Sound so war, wo ich, so wie ich es wollte. Es ist hier noch zu früh, vielleicht. Schauen wir mal. Und da unten steht Loop, deswegen wird nur der Ausschnitt wiederholt, das ich hier ausgewählt habe. Somit habe ich diesen Beat sozusagen. Bisschen genauer anschauen, hat er doch eine kleine Verzögerung. Also es ist diese Bassdram. Leute, stört ein bisschen. Hört nicht? Ich lenke mich ein bisschen, sorry. Ja, ihr seht hier, dass doch eine Verzögerung passiert ist. Das ist hier anscheinend die erste Bassdram und die ist nicht genau im fünften Takt oder im siebten Takt, weil es nämlich der Signal doch mit ein bisschen Verzögerung aufgenommen wurde. Das kann ich hier auch ändern. Es gibt auch in der MIDI, im MIDI-Signal eine Verzögerung. Ich verstehe die nämlich. Jetzt ist es 32 Millisekunden bei mir. Oder die Verzögerungskompensierung, dass der es wieder auf dem Bit. Also das MIDI-Signal kommt auch nicht sofort dahin und zurück, beziehungsweise. Deswegen gibt es auch eine Verzögerung, die man aber intern im PC kompensieren will. Er macht dann praktisch sein MIDI-Signal ein bisschen früher, damit die Aufnahme dann wieder im richtigen Moment passiert. Aber ehrlich gesagt, diese Kleinigkeit hier kann ich auch anders beheben, indem ich einfach den Start meines Loops verschiebe. und dann wird es auch der Start sein, wo der erste Bassdrum ungefähr startet. Das ist jetzt nicht mehr von der Sounddrummaschine gespielt, sondern es ist schon ein Loop, das ich von der aufgenommen habe und damit hier arbeiten kann. Okay, dann nehmen wir doch mal auch Live-Instrumenten auf. Bei uns ist Anton Heidelbrich mit seinem Ukulele. Ähnlich ist Anton auch bei unserem Workshop. Natürlich ist Bassgitarre und jede andere Gitarre auch immer Mono. Deswegen haben wir nur einen Input, der Input von der Drummaschine was Stereo. Deswegen ersetze ich einfach eine Hälfte der Drummaschine mit dem Bassgitarre. Ich mache eine neue Audio-Spur, hier übrigens rechts klicken und Audio-Spur zeugen. Und wieder Rekord da drauf und dann schauen wir mal, was da der Input ist. In der Ansicht kann es gar nicht zeigen, dann kann ich ein bisschen kleiner machen, damit ich meine Input-Autos noch sehe. Also ich habe jetzt bei zwei. Da kann man auch gleich sehen, oh, da ist ein Signal drin. Da ist Anton. Super. Das heißt übrigens, das spielt immer noch. Da muss ich Stopp da drücken. Also nochmal. Ja, nee, nee, das war so, dass das Aufgenommene schon gespielt wurde. Jetzt höre ich nur Anton und da ist auch die Aufnahme drin. Versuchen wir. Hast du eine Verzögerung jetzt drin? Zum Beispiel, jetzt versuchst du zu meinem Tempo, zu meinem Beat beziehungsweise was aufzunehmen. Vielleicht gleich bevor er sogar Gitarre aufnimmt oder so, wenn es nicht wirklich direkt ohne Vorverstärker kommt, muss man schon gleich Kompressoren oder andere Effekte draufsetzen. Also ich jetzt einfach ein Kompressor einhiebe. Natürlich muss man genau schauen, was für Effekte man schon vorher bei der Aufnahme da hat, auf der Live-Spur, sodass auch der Sound gut rauskommt. Weil natürlich so Line-In anzuschließen für eine Gitarre ohne Vorverstärker ist nicht der Sound, sondern das übliche Gitarren-Sound bei Aufnahmen ist. Hast du auch? Ja, trotzdem ist es leise. Ja, ist es jetzt. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn ich ohne Vorverstärker, das ist schon verzerrt jetzt. Ja, das ist schon verzerrt jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es hier ist. Ich weiß nicht, wie ich es hier ist. Kannst du ja das Geld für dich? Ja. Was? Na ja, kann schon besser. Na ja, so tight spielt Andron heute nichts. Hast du eine normale Bassgitarre da vielleicht? Ähm, das ist die Versöderung, Leute. Meinst du jetzt nicht? Ja, ich kann es versuchen, hier meine Verzögerung kleiner zu machen. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Puffergröße verkleinert, damit gibt es weniger Verzögerung. Aber es sind ja noch nicht so viele Sounds, deswegen müsste es auch bei 128 Cent. So. Das ist jetzt seine Aufnahme. Schon leise, ne? Ja. Du musst jetzt schon lauter werden. Okay. Versuchen wir mal zu spielen, so ohne Ableton. Mach jetzt dich einfach lauter. Oder so, ne? Ich mach hier. Ja. Noch verkleinern. Ich denke, bei der Geschwindigkeit kann ich schon spielen. Ja, es muss ja nicht gleich spielen. Das kleinste, was es gibt, sind 32 Cent, aber es ist sicher, das wird nicht funktionieren mit dem PC. Ja. Start. 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 Ja, da sehen wir, Anton hat, wenn er jetzt rhythmisch gespielt hätte. Die erste Note sieht man schon, die ist ein bisschen verschoben. Da sieht man es noch besser. Da war es wahrscheinlich die erste Note. Und wenn wir da den Anfang des Loops setzen, dann passt es auch hoffentlich. Das ist ein bisschen verschoben. Was man noch versuchen kann, um das hier genau zu warpen, kann man hier, wie gesagt, 1-1-1 setzen von eurem Loop. Da ist der Startpunkt. Und von da aus auf gleichmäßiges Tempo warpen. Dann wird es in dem Tempo von 126 BPM, wie es ja auch aufgenommen wurde, auf den Raster genauer geschenkt. Jetzt habe ich einen ganz kleinen Loop genommen. Und wenn es jetzt gerade auf den Rhythmus passt, dann müssen wir ja nicht alle Aufnahmen reinpacken, sondern nur die, die jetzt genauer auf den Beat passen. Was ich hier noch zeigen kann, wie die Maschine damit funktioniert. Also Native Instruments Maschine ist eigentlich auch ein Instrument für sich, aber das kann man auch in Ableton drin benutzen. Also es war mit Phantomspeisung, was für Gitarre eigentlich nicht sein soll. Sollte aber es nicht schlechter machen. Also es gibt noch Besonderheiten bei Aufnahmen von Mikro, beziehungsweise von schwachen Instrumenten, die noch eine Verstärkung brauchen. Und Aufnahmen von Instrumenten, die natürlich schon vorverstärkt wurden, wie zum Beispiel die Drummaschine. Da kommt schon ein Line-Signal, genauso wie von CD oder von Plattenspielern. Das ist schon ein Signal, der schon gemastert ist und stark ist und nicht so wie von einem akustischen Instrument zum Beispiel. Ich ziehe die Maschine auf eine MIDI-Spur. Das ist nicht mehr ein Sound, das ist ein Gerät, das in Ableton als ein internes MIDI-Gerät benutzt werden kann, als ein VST. Und jetzt erscheint die Maschine da, auf der Spur 2. Maschine wird dann automatisch mit Ableton gesynkt. Da braucht ihr keine MIDI-Einstellungen zu machen. Wenn Maschine in Ableton drin funktioniert, dann funktioniert sie in dem Tempo wie auch Ableton. Da kann ich jetzt ein Kit benutzen. Also ich werde jetzt nicht neu produzieren, sondern einfach zeigen, wie es funktioniert. Bei der gekauften Version von Maschine, was ich zum Glück habe, sind auch ganz viele zusätzliche Kits dabei, Producers. Producer-Kit hier für Techno-Liebhaber, sowas wie... Naja, nicht nur Techno, Bonaparte, Dup Stepkin, Dominic Olberg für Liebhaber. Auf jeden Fall war irgendwo Chris Libing auch mit drin, was ich auch am nächsten benutze. Ne, stopp. Artist-Kit, okay. Olberg ist nur ein Producer und bei Artist sind dann Erics Neo, was ich kenne. Kangin Kray, Liebing Monolog, Liebing Sahadji, Martin Lansky, Oliver Huntemann, Stefan Bozin, Zutek, also schon berühmte Techno-Producer, die hier Kits gemacht haben für die Maschine. Natürlich ein echter Techno-Producer wird diese Sounds wieder alle neu generieren, mit der Drummaschine zum Beispiel. Aber für Anfänger kann man auch ein paar Bass-Drums von Liebing vielleicht benutzen. Kannst du mal Kangin Rains sein? Ah? Kannst du mal Kangin Rains sein? Zwei Kangin Rains-Hits und einen von Liebhabern, Konstantin Hanji, die Maschine. Was ist das denn denn? Ja. 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 Ich kann einfach nicht alles vorbereiten. Na ja, USB ist wirklich ein problematischer Anschluss, aber jetzt hatte ich einfach keine Zeit, das alles umzustellen. Wenn ihr in meiner Position werdet, wäre es auch nicht so einfach für euch. Irgendwie erkennt ihr jetzt nicht die Maschine, also die Maschine als Kontrolle, Maschine als Faust. Das geht einfach nicht. Ja. Jetzt. Ja, einfach ein kaputtes USB-Port und das kann ich viele Probleme vorbereiten. Jetzt geht's. Also jetzt zur Maschine. Also ich mache die anderen zwei aus. Wie gesagt, wenn jetzt in Able and Play gedruckt wird, wird die Maschine genauso mitmachen. Das ist also ein Beat mit Kenwin-Craig's Kit, also die Sounds hat Kenwin-Craig gemacht und wahrscheinlich auch diesen Beat als ein Beispiel. Wenn ihr die Maschine jetzt nochmal anschaut. Wenn wir jetzt da oben sehen würden, was hier auf dem Controller passiert. Ich kann einzelne Sounds also auch ein- und ausschalten auf der Maschine. Zum Beispiel. Das ist natürlich das Einfachste, was ich jetzt tue. Also ich kann diesen Beat da komplett kontrollieren von der Maschine aus. Ja, das waren sogar zwei Beats zusammen von beiden Kids. Jetzt habe ich nur den Kit Nr. 1 von Liebings nach Haji. Das wäre von Kenwin-Craig. Hier sieht man nicht leider, was ich auf der Maschine mache, weil Paul könnte es machen, dass wir hier auch die Geräte sehen auf dem Beamer. Ja. 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 Ja, okay. Ja. So geht es mit der Maschine. Ihr wisst noch, wir haben Latenz von 64 Samples gemacht und das hält die vereinbarten Mietmaschinen nicht mehr aus. Wenn ihr jetzt die ganze Live-Aufnahme fertig habt, müsst ihr dann, weil ich glaube auch nicht, dass ihr so schnelle Computer haben wird, vielleicht schneller als meins, aber da kann man wieder die Latenz zurückstellen. Erstmal auf 256 Samples, vielleicht würde man damit nutzen. Hier. Also hier. Wir machen das auch so viel. Paul, wie machen wir das auf Fullscreen? Entschuldigung. Das Bild auf Fullscreen. Wie das Bild auf alles, dass wir das da sehen. Wenn ich Mute drücke und halte, dann kann ich einzelne Sounds ausschalten, wie gesagt. Da ist nichts drin. Jetzt kann ich die, da ist die Bass-Trung. Da sind zwei Bass-Trung sogar benutzt. Ihr könnt sehen, dass die, ja. Alles spiegelverkehrt, ne? Okay. Eigentlich wird alles für euch spiegelverkehrt sein, wie es jetzt im Bild ist, aber auf jeden Fall sind das einzelne Sounds, die man dann ein- und ausschalten kann. Alles, wenn man Mute drückt. Da war noch was. Um genau zu schauen, was da drinnen war, schauen wir diesen Sound zum Beispiel. Ja, ein Minimal Sound, aber wenn man das jetzt, da oben soll Control sein, dann wählt man diesen Sound aus. Dann arbeitet man jetzt mit diesem Sound. Wenn man jetzt auf Step geht, sieht man, wo praktisch diese einzelnen Shots waren. Das sind die dann nämlich. Da kann man mehr machen. Ich versuche jetzt einen neuen Beat zu produzieren. Dann gehe ich auf Pattern. Da ist nur ein Pattern besetzt worden. Gehe auf diesen Pattern. Jetzt habe ich einen anderen Pattern. Da ist mein Beat jetzt weg. Aber da sind dieselben Sounds immer noch drin. Das ist ja immer noch ein Kit von Gending Rape. Ja, zum Beispiel kann man die entweder mit Step Sequencer hier programmieren sozusagen. Vorher die Länge des Loops einstellen. Öfters ist es bequemer, einen Loop doch von einer Bar zu machen, also von einem Takt. Weil hier sind nur vier Bassdrums, also eigentlich nur ein Quadrat. Hier wird hier automatisch oft auf zwei Bars gemacht. Das setze ich lieber auf ein Bar, damit ich einfache Techno-Beats programmieren kann, die nur aus 16 Einheiten bestehen. Wenn es zwei Bar langer Loop ist, dann muss man extra jedes Mal auf die zweite Hälfte springen und da was verändern. Lieber mache ich mehrere Einbar-Loops und arbeite hier mit. Jetzt komme ich zu den Bassdrums, die habe ich jetzt ausgewählt. Gehe auf Step und setze die. Was fehlt noch? Wenn ihr Müt wieder drückt, könnt ihr hier oben sehen, was für Sounds ihr alles zur Verfügung habt, ohne in Ableton zu schauen. Also wenn man mit Maschine arbeitet, muss man die Anwendung in Ableton gar nicht anschauen. Na ja, close it high-hat. Man kann auch ohne Steps-Sequenzer das aufnehmen, was man gerade live gespielt hat. Sogar geklappt. Ich habe jetzt praktisch live aufgenommen. Natürlich quantisiert es, also ich habe nicht so gerade gespielt, aber er hat natürlich die Sounds noch mal gerade auf den Beat angepasst. So habe ich jetzt ein bisschen High-Hat dazu. Okay, ich habe noch einen High-Hat. Doch, es ist ein High-Hat, aber sehr verändert mit Röverb oder so. Was man noch machen kann, man kann hier auf Note Repeat drücken und einen Sound halten, dann wird es automatisch wieder holt wie RPG. Das geschieht jetzt immer ein Achteltakt oder auch ein Sektetakt. Jetzt in dieser Pause könnte man natürlich irgendwelche Effekte noch einbauen, man kann auch. Jetzt in dieser Pause könnte man natürlich irgendwelche Effekte noch einbauen, man kann auch. Auf diese Maschinen-Spur kann man dann auch in Ableton Effekte dazu einbauen, oder man kann auch in die Maschine Reihen-Effekte einbauen, wie zum Beispiel. Also hier in der Maschine drin gibt es auch auf der Master-Spur unterschiedliche Effekte, die man eventuell einbauen kann und mit der Maschine auch Effekte auf die Sounds machen. Man kann auch die Lautstärke und andere Parameter des Sounds verändern in der Maschine, aber das erzähle ich halt nächstes Mal. Und so, Hammer! Das ist eine gute Woche. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Das ist eine gute Woche. Das war ein paar Mal. Dann geht ein bisschen. Da geht, um immer noch curls. Dann geht´s mal kurz. 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 Naja, somit wäre ich fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr was erzählen. Danke. Und jetzt kommt nach einer kurzen Pause Philipp und erzählt über den Aufbau von Syngis. Ich mache heute lustige Programme. Was? Lustige was? Lustiges Programm, überschneiden. Jetzt kommt entspannungszeit. Jetzt kommt entspannungszeit. Ich habe mir auch gerade gedacht. Du brauchst keine Bildung, oder? Nein, nein. Aber wir brauchen dich zu übertragen. Erstmal übertragen sie mich und dann, wenn es zu der Maschine kommt, dann müssen wir sie runter. Okay. Das ist ein semi-analoger, also das digital mit Lampen aus dem Jahre 2003 von Cork. Es heißt Elektrite MX. Hier hast du Oszillatoren. Das wird uns dann erklären. Mit denen du Geräusche erzeugen kannst. Und zwar Oszillator 1, Oszillator 2. Sie erzeugen jeweils eine Welle, ein Sinus. Und wenn du die, je nachdem wie du die mischst, wie du die mit Effekten überlegst, und bla bla bla, und arbeitest überhaupt, so kannst du dann zum Beispiel Streicher nachmachen mit zwei Oszillatoren, oder Gitarren, Sound nachmachen, irgendwelche Perkussive, Bass kannst du ultra damit machen. Kannst du nicht über Ableton laufen? Das hat nicht mit Ableton direkt zu tun, aber Ableton ist im Grunde genommen eine Ansammlung von ganz vielen solchen Dingen. In digitaler Form.